In dieser Gegend soll es Vorräte geben. Treiben sich aber auch Uniformierte herum. Passt aufeinander auf. Ein halbautomatisches Gewehr. Und den Revolver. So. Aber ich habe diesmal einen anderen einmaligen Booster verwendet. Und zwar, dass meine Primärwaffe direkt aufgebessert ist. Lel. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Komm zurück. Der ist fast tot. Alter. Jawohl. Holy shit. Ähm. Ja. Okay. K.O. habe ich ihn schon mal gesetzt. Das heißt, wir haben zwei Drittel unserer Mission abgeschlossen. Okay. Tot ist er auch. Jawohl. Ähm. Ja. Jetzt wäre es gut, wenn ich noch drei weitere K.O.s setzen kann. Denn dann habe ich die Mission komplett abgeschlossen. So gut, wie man nur kann. So. Hier. Ja. Loot. Jawohl. 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 Noch einer K.O. Nein, 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 ich hab's auf Radar gesehen, dass er von hinten ankommt. Oh, da hat er mich abgestochen. Alter, wie sich das gerade angehört hat. Da hat er irgendwie zehnmal auf ihn eingestochen oder so. Holy shit. Äh, was ist seine Mission hier? Rumstehen, oder wat? Ja, und leften. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein Sack. So. Jo, da haben wir gut was gekriegt. Aber leider kann ich meine Dinge nicht aufbessern. Äh, ich brauch auf jeden Fall Medikit. Und dann nehm ich auch mal hier so ein Rohrböhmchen mit. Einmal hab ich da gerade jemanden gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Okay, ne, sieht nicht so aus. Scharfe Bombe, Achtung! So, ein Böhmchen. Wird das natürlich auch immer so schön durch die Gegend sch... Ich hab' gerade gehört. Ich hab' ihn gerade rechts von mir gehört. Oh, ho, 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 ho. Hab dich Arsch! Dann hab' ich meine Mission geschafft. Das ist nice. Das ist gut für mein... Äh, für mein Lager. Für meine Überlebenden. Also, hatte ich da doch jemanden gesehen. Und ich dachte, nö, 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 da war nichts. In solchen Spielen lieber einmal zu viel denken, dass da was war. Als einmal zu wenig. Ja, Boom. Äh. Der macht auch gleich was, Boom. Komm, komm in Deckung. Ich komm' dich unterstützen. Scheiße, ich hab' nichts zum... Boah, das war'n Headshot! In your face, bitch! Damit hab' ich meine Mission abgeschlossen. Yeah. Yeah. Nein, mich nicht. Mich exekutiert ihr nicht. Jawohl. Dann kriegen die nämlich extra Teile und sowas. Dat will ich nicht. Scheiße. Aber wir haben nur noch neun Respawns gleich. Leck mich am Arsch. Das kann nicht sein. Ich krieg' heute nur aufs Fressbrett in The Last of Us. Heute ist echt nicht mein Tag. Okay, Mann, los geht's! Okay, Mann, los geht's! Ich hab' ehrlich gesagt auch noch nicht so viel Ahnung, was ich falsch mach'. Sollte ich mehr so durch die Gegend rennen oder... Okay, Mann, los geht's! Leute, er hat mir eine Bombe geschenkt. Danke dafür. Danke dafür. Scharfe Bombe! Achtung! Wird erst mal eine hingelegt. Ich brauche Hilfe! Nein, Mann, los geht's! Nein, Mann, los geht's! Nein, Mann, los geht's! Vielleicht bin ich echt manchmal zu vorsichtig. Weil das kenn' ich auch, ähm, aus anderen Spielen, zum Beispiel Rainbow Six Siege. Da hat man ja auch nur ein Leben für die Runde und dann, ähm, ist man tot, ist man tot. Und da war ich manchmal auch echt zu vorsichtig und die anderen sind einfach raufgerannt und dann bin ich halt gestorben. Wir gehen auch zu wenig im Team, würde ich so spontan mal erwähnen. Ich denke, damit liege ich nicht so falsch. Nice. Au! Oh! 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 Und dann hat er eine Nahkampfwaffe! Oh! Nice! Hat ihn da. Oh! Oh! Okay. Mich holt er auch noch, aber ich glaub' nicht, dass das gut geht. Scheiße, das war knapp! Danke dafür! Oh! Oh! Einmal... Wir müssen hier... Warum hab' ich grad' die Waffe gewechselt? Wir müssen hier weg, ey. Wir müssen hier weg. Nein, hier ist nicht gut! Blockier mich nicht! Ich muss mich heilen! Oh! Action! Einmal schnell! Ich hab' nur noch drei Schuss! Aber ich hab' gut Teile! Ich hab' echt gut Teile! Nein! Verprügeln! Jawohl! Haben wir uns gegenseitig geprügelt! Oh! Zehn von neun hab' ich sogar. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn man mehr hat. Ja! Jawohl! In deinen fetten Arsch! So sieht's nämlich aus! Oh! Prügeln! 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 Ja! Ich hab' den Tod geprügelt! Ich hab' den Tod geprügelt! Leck mich am Arsch! Oh! Oh! Scheiße! Ich dachte schon, oh Gott, jetzt kommt einer mit der Rüstung an! Ich werde einen Abgang machen! Oh, da ist auch einer... Oh, scheiße! Und dann prügele ich ihn echt tot! Leck mich am Arsch! Boah, was ich an Teile hab! Holy! So, da wird erstmal ordentlich Munition jetzt gekauft! Jetzt kann ich auch ordentlich draufballern! Wir haben aber auch nur noch die Leben, die wir jetzt haben! Wir dürfen nicht mehr sterben! Okay, da hinten hab' ich glaube ich gerade einen gesehen, der nach rechts weggerannt ist! Ja, sudden death! Wer tot ist, ist jetzt tot! Von uns! Au! Wir müssen hier... Oh! Ah, zumindest konnte ich ihn noch mitnehmen! Ah, ich hätte wahrscheinlich laufen sollen! Ah, ihn haben sie auch! Oh, nee! Oh, er ist auch down! Ich bin getroffen! Oh, shit! Da haben wir noch genau umgeschaltet, um zu sehen, wie unser Kollege stirbt! Wie er kaltmütig hingerichtet wird! Ja! Also, vier von denen sind ja am Leben! Das heißt, die Leben haben die! Neun Respawns noch! Also, quasi einer gegen 13! Würde mal sagen, easy! Mal gucken, was er noch reißen kann! Oh, oh! Oh, oh! Angeschossen hat er ihn! Oder er hat auch einen Schalldämpfer mit! Das ist jetzt ganz gut! Oh! Sie sind jetzt Kriegsreporter! Lol! Nice! Der Typ ist echt nicht schlecht, wa? Also, zumindest hat er ganz gut gespielt! Alter! 8 K.O.s! 3 Exekutionen! Jawohl! Richtig nice! Das ist bis jetzt mein Rekord! Woche 2 Tag 2 war da schon! Holy Shit! Jawohl! Plus 30! Und wie viele? Wow! 3 Überlebende! Nee! Danke! Versuchte Verbündeten-Rettung! Du konntest das Training deines Clans vor der Rettungsmission erheblich verbessern! Alle Verbündeten sind deinem Clan beigetreten! Jawohl! Null! Glieder! 37 sind wir jetzt! Nice! Weil erhöhte Teile verdient ist nicht schlecht! So! Dann geh ich hier mal kurz raus! Ich muss mir angucken, was ich alles Neues gekriegt habe! Aber erstmal, hier ist jetzt ähm... Folgenpäuschen! Das Video ist hier jetzt vorbei! Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen! Ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch gefallen! Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen! Ja, wenn ihr uns mögt, dann natürlich auch gerne ein Abo da lassen! Fänden wir echt klasse! Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video! Tschüss!